Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LEGO Star Wars The Complete Saga. Wir sind letztes Mal vor Episode 5 stehen geblieben, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken nochmal kurz hier rein. So, Episode 4 haben wir, glaube ich, letztes Mal abgeschlossen. Ich check das kurz nochmal nach. Wir wollten ja, glaube ich... Ja, genau, haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Dann können wir jetzt gleich zu Episode 5 gucken und uns dort dann die Powersteine holen. Denn unser heutiges Ziel ist es, den Minikit-Detektor zu holen. BZW zu kriegen. Also gehen wir hier rein in Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Äh, oh. Das sieht echt ganz cool aus hier. Ich finde es cool, dass die Räume hier immer so ein bisschen nach den Filmen designt sind. Okay. Kapitel 1, Schlacht auf Hut. Sorry. Okay. Episode 5, wollte ich mal eins sagen. Das Imperium schlägt zurück. Kapitel 1, an... Achso, Schlacht auf Hut. Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion. Obwohl der Todesstern vernichtet worden ist, haben imperiale Streitkräfte die Rebellen aus ihrem versteckten Stützpunkt vertrieben und kreuz und quer durch die Galaxis verfolgt. Nachdem sie der gefürchteten imperialen Sternenflotte entkommen ist, hat eine Gruppe Freiheitskämpfer unter der Führung von Luke Skywalker jedoch einen neuen, geheimen Stützpunkt in der abgelegenen Eiswüste von Hut eingerichtet. Doch der teuflische Darth Vader, nun von dem Gedanken besessen, den jungen Lukes... Ja, danke. Oh. Da sehen wir einen Sternzerstörer. Ich fühle mich manchmal vom Spiel echt gemobbt, muss ich zugeben. Ich lese, glaube ich, zu langsam. Das tut mir leid. Ich finde die Skelette da drin schön. Oh. Und Harn Solo kommt zur Rette. Zur Rettung. Zur Rettung. Zur Rettung. Okay! So, los geht's Wir dürfen jetzt mal wieder Ein kleines Fluglevel hier starten Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen Und wie gesagt, es wäre echt sehr gut Wenn wir jetzt heute die Powersteine alle finden Weil es hier in Episode 5 sehr sehr coole Powersteine gibt, oh Moment So Okay, die können wir noch so zerstören alle Sehr gut Wow Stimmt, die kleinen Teile hier, die greifen sich auch immer Ups, Moment, Moment Nein Ich glaube, wir gingen das, genau Wir können die auch irgendwie umkippen Das ist echt immer ganz nice So, ich stoppe mir mal das Ding hier und Ah, fuck Gucken wir überhaupt durch Ah ne, hier brauchen wir dann Anderen Flieger Okay Dann gehen wir hier lang Ob wir hier genug Kohle zusammen kriegen Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Ah Das ist gar nicht so einfach Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen, Leute Ist schon wieder ein bisschen her Ja Ja, ja, okay Okay, okay Oh Gott Äh Ich glaube da hinten brauchen Nein, nein Was Ja, ja, sehr gut Und Okay Hat funktioniert Wir haben zwar kein Geld mehr Aber okay Ist da irgendwas? Nee Okay Okay Ich zerschieße hier mal alles Ist hier sonst noch irgendwas? Nö Okay Wir fliegen mal weiter Wieso gibt es denn hier nur so wenig Geld? Hm Na gut Flieg mal besser weiter So Okay Das hatten wir ja relativ schnell erledigt Oh, jetzt müssen wir aufpassen Oh, Power Up Power Up Äh Genau Die können wir jetzt nämlich Mit dem Seil einwickeln Das fand ich auch immer ganz cool Auf jeden Fall sehr cooles Element So Na, Hallöchen, mein Freund Jetzt können wir uns nämlich so ein Ding hier schnappen Das wollte ich gar nicht Na, komm, nochmal, nochmal Nein Ah Komm, komm, komm Auf ihn Auf ihn Boah, die Steuerung, ne Hier habe ich ein paar technische Probleme, glaube ich Komm, komm Ja Sehr schön Sehr schön Okay Da kommen wir auch einfach so nicht durch Leider Ich muss mal gucken, ob wir hier überhaupt direkt einen Power Stein kriegen Oh Gott Bah Ja, ich flieg mal weiter Ach, da ist noch einer Äh So Den schnappen wir uns auch mal Okay Rum 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 Ich finde die schon echt geil irgendwie So Sehr gut Und jetzt schnappen wir uns natürlich nochmal ein Wenn ich hier gescheit fliegen könnte Also die Steuerung, die finde ich echt ein bisschen Ich weiß nicht, ob die unbedingt schlecht ist, aber Ist manchmal ein bisschen nervig Jetzt stopp dir das Ding, Mann Okay Jetzt Hä Ah, jetzt habe ich es Ich kann keine Ich will nämlich, na toll, also wie ich hier das Geld zusammen kriegen soll, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Na gut, obwohl es geht schon auf jeden Fall. So, jetzt. Los, los, los. Jetzt noch so ein Detonations-Ding ins Kirchen. Oh, ah, ein Minikit. Sehr schön. Okay. Keine Angst, Leute, wir schaffen das. Vielleicht irgendwann mal. Wäre schön. Boah, ich finde diese Fluglevel echt ein bisschen stressig, muss ich immer sagen. Weil es ist halt die ganze Zeit laut und, äh, ich kann hier gar nicht gescheit reden. Tut mir leid. Wir wissen das Ding. Hallo? So. Jawoll. Oh, ah. Power Up! Power Up! Power Up! Power Up! Power Up! Okay, zwei Millikids haben wir, glaube ich, schon. Noch ein Power Up! Jawoll! Also jetzt läuft es gerade, muss man sagen. Okay, wir beeilen uns mal. Einer fehlt nur noch, wo ist denn der? Oh Gott. Äh. Ich schnapp' mir noch die Kohle. Und noch ein Millikid. Und Geld. Finde ich beides gut. Äh. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Wo ist denn der? Oh. Ja. Alter Schwede. Der war doch irgendwo hier. Oder? Ja. Anscheinend ja. Okay, jetzt kommen ein paar... ...die sind die AT-ATs. Bin mir gerade nicht sicher. Es tut mir leid. Ich schäme mich selber dafür. So. Ich kann nicht ja soweit eigentlich einfach zerschießen. Ich sollte aber auch auf mein Leben aufpassen. So ein kleines Herzchen. So, machen wir gerade mal. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Okay. Oh Mann. Nein. Mein Geld. So. Ja. Okay. Ein Herz. So. Ah. Nur noch der da fehlt. Moment. Das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Hab ich nicht gekriegt. Das hab ich gekriegt. So. Die hätten wir soweit. Was kommt als nächstes? Oh oh. Na. Großartig. So. Ja. Das Herz hab ich sogar noch gekriegt. Das noch ein Herz. Das noch ein Herz. Ja. Hab ich auch gekriegt. Sehr nice. Nice. So. Dann schnappen wir uns das Ding hier. Und. Ah. Fuck it. Ja. Hat funktioniert. Nicht ganz so elegant wie gewollt. Aber es hat funktioniert. Äh. Ich hab nur noch ein Herz übrigens. Großartig. Äh. Hat noch ein bisschen Geld einsammeln. So. So. Wo ist der andere? Der sollte wohl komm zu übersehen sein. Da ist er. Nicht so schnell mein Freundchen. Ja. Ich weiß. Ich hab nur noch ein Herz. Alter. Da liegen so viele Herzen rum. Sammel eins. Uff. Großartig. Was geht denn hier ab? Bitte. Ich komm da gerade selbst nicht drauf klar. Okay. Äh. Äh. Schnell. 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 Hier. Einmal. Na super. Ah. Die Steuerung. Bitte. Ich wollte eigentlich nicht in die Richtung. Aber okay. Okay. Spiel. Ja. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder aufgestanden. Ja. Großartig. Okay. Noch einmal umwickeln. Die stehen natürlich wieder nach einer Zeit auf. So. Wir haben es gleich, Leute. Ich weiß. Ich kann gerade. Ich bin da gerade sehr konzentriert. Ich will nicht in die Richtung, Mann. Äh. Nein. Das will ich auch nicht. Das ist manchmal echt ein bisschen eklig hier. Ja. Ja. In die Richtung. Danke. Spiel. Komm. Ja. Nice. Sehr nice. Okay. Und jetzt? Ja. Na super. Das zieht sich gar nicht. Jetzt hätte ich gerne, ehrlich gesagt, noch einen Power-up. So. Äh. Na, da war ein Herz. Krieg ich das. Krieg ich das. Ich das Herz nicht kriege. Komm. Ja. Nice. So. Und, äh. Oh. Okay. Ach, da ist noch der Kleine. Der ist aber putzig. So. Mein Freund. Gut. Ich denke mal, wenn wir den haben, dann können wir eigentlich weitermachen. Es tut mir leid. Ich weiß, es sitzt sich gerade irgendwie ein bisschen. Aber so schlecht stelle ich mich auch wieder nicht an. Behaupte ich mal. Also, in Wirklichkeit bin ich natürlich scheiße, aber... Das darf keiner wissen. Das war gut. Jawohl. Nice. So. Komm. Jetzt aber. Jawohl. 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 so ein bisschen geld hat uns leider noch gefehlt schneegleiter ok schade schade so viel geld hat uns gar nicht mal mehr gefehlt aber gut zwei oder drei haben wir gefunden drei ja so level abgeschlossen ich denke wir können gleich die story fortsetzen machen wir mal